Alles klar. Rechts unterlaufen, stabilisieren. Anbremsen lassen. Ein bisschen Druck halten in der Kappe. Bisschen höher die Hände. Bäschen, super gemacht. Genau. Super. Bäschen gemacht. Anbremsen. Also nicht klar mit der Hände. Ein bisschen abschließen und so weiter. Und dann geht es links herum. Ein bisschen auf Fühlung bleiben. Da allein. Genau.